Mephys Highlights. Aber schmackhaft. Ey, Aufnahme. Willst du was sagen zum Start? Ja, hallo, Start. Hallo, Start. Das ist doch schon mal an Bord. Ja, ich hab's geschafft. Stange sei Dank. Stange sei Dank, ja. Ja, genau. Das wäre doch eine Einfachheit. Ich bin keine Hilfe, habe ich das Gefühl. Oh, sieht nett aus. Hätte ich auch früher drauf kommen können. Ah. Ich weiß nur nicht so, ob das funktioniert. Oh, lol. Die Kabel waren gerade verbuggt. Man hat nur diese weißen Punkte da gesehen. Hm, Gunst. Muss ich nur... Oh, Leute, das geht sogar. Tschüss. Ja. Nein, falsch. Es ist ja immerhin eine Chance von 50 zu 50. Weißt du, wie wahrscheinlich das ist? Haben wir es kurz geschlossen? Ja. Es geht in die andere Richtung auf. Ich komm hier nicht durch. Oh Gott. Ich geh da lieber rein. Das ist ja irgendwie sehr schützhaft. Hast du den Exorzist gesehen? Das ist meine Maske jetzt ein bisschen verrutscht erwartet. Ja. Oh, da ist eine zweite Tür aufgegangen. Jetzt ist sie zu. Das ist ein sehr guter Leiter. Meinst du? Mhm. Nein. Ich glaube, wir verheddern uns hier so ganz leicht. Ich kann sagen, ich gehe erstmal in die Richtung. Ich habe eine Idee. Nochmal von vorn. Die Idee will ich sehen. Haust du beim Kopf jetzt in den Stromkasten oder was? Schau einfach mal, das ist so die Tür vor. Rot-Tod-Redemption? Ich bin gestolpert. Rot-Tod. Ja, die A. Ding. Mikrowelle fertig. Essen ist fertig. Wer ist der Kabel? Wie das aussieht, als würdest du mich so mitgeschliffen. Ich habe es in wenigen Stunden. Sehr gut. Ups. Das Kabel ist jetzt im Weg. Ich komme mir nicht mehr hoch. Das war die Installation. Nein. Deine Installation. Was? Bist du Windows oder was? Ich habe mir so viel Mühe gegeben. Oh ja. Ja. Wie wird es mir gedankt? Wie wird es mir gedankt? Alter, ich bin drüben. Jetzt will ich auch nicht den speichern. Jetzt will ich das kurz vor meinem Erfolgserlebnis. Oh, falsch. Ach, weißt du? Oh, da hinten ist eine Kante. Da hier war es. 10 und 2, ja. Aber es macht es. Ja, es funktioniert nur in die falsche Richtung. Mal gucken, wie weit die Klippe kommt. Ob du mit dem Ding da oben respawnst. Ah, ich fall runter. Nein, nein, nicht runterfallen. Bleib oben. Okay. Halt dich, Junge. Halt dich. Nein, wir haben es verstanden. Nein, nein. Oh, Mann, das Ding runterkriegt die Scheiße. Nein, nein. Ich will dich loslassen. Ghostface. Ich schiebe dich den Rest noch rüber. Okay. Ey, das tust du ja wirklich. Das ist glückstark. Ich wusste ja, wie stark ich bin. Kann ich auch die Tür aufmachen, so? Oh Gott. Okay, neuer Versuch. Ich häng hier fest. Geht weiter, Kars. Wir sind gleich da. Ey, ich klem hier zwischen. Ich kann nichts mehr machen. Hilfe. Mein Arm ist irgendwie in mir. Hilfe. Ist es zu spät für das letzte Gebet? Nein, aber kennst du Final Destination? Welcher Teil? Egal. Ja, kenn ich. Den Gabelstab dann. Das gefällt mir irgendwie nicht mehr so bündelig. Ups. Das ist schwer. Ja, du hängst dein Shit ab, mein Junge. Kann ich mich auch noch dran hängen? Ja. Ja. Schwing. Schwing, Junge. Ja. Schwing. Du musst mit mir schwingen. Schwingen. Ne, ich hab's ja mal anders überlegt. Äh. Ich könnte es versuchen, aber... Nein. 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 Zähl nichts, Stefan. Nein. Ich hab's verrockt. Ich zappel gerade wie so ein Aalen hier unter diesem Laufband-Dingsbums, weil ich die Kiste hier rüber cheaten wollte. Ach ja, ich hab ja vergessen. Nein. Bist du hier, wo die Tür aufgeht? Ja, hier bin ich. Gut. Dann bleib auch da drüben, nur ein Stratumus sein. Ich wollte dich sowieso immer herholen. Was war das? Was? Wir können ja einfach versuchen, diese Batterie mal da hinten anzuschließen, so. Vielleicht ist da schon Ladung drauf. Du bist Ghost the Rock Face. Ja. Ghost the Rock Face, das ist gut. Und ich bin, ja, Jason halt, ne? Jay the Rock Son. Das ist Son. Ja, Steine. Ja, du musst es übertreiben, Kurfuzzi, ey. Kaffe, Steine. Alter. Ich will dir ja jetzt ja keine Steine in den Weg legen, aber wie kommen wir da hoch? Okay, ich zeige dir. Warte hier und ich hab einen Plan. Okay. Ich zeige dir, wie es geht. Halt. Ich muss, darf mich nur nicht falsch festhalten. Ja. Ja, ich... Ah, ich heb dich hoch auf dem LKW. Du bist mir erst mal nur den Arm aus. Jetzt hast du meinen Charakter kaputt gemacht. Guck dir das an. Wenn ich mich hinlege... Nein! 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 Ich lege alles wieder zurück. Keine ganze Fortschritt weg. Was ist, wenn ich mich hinlege? Ey, cool. Ich kann doch im Lieben lenken. Ja, so ein cooler, ne? So ein Elbogen aus dem Fenster raus. Ja, genau. Alter, ich halte die Kurve hier fest. Guck mal, wie ich in der Action drin bin hier. Ich brauche gar nichts machen. Guck mal, du machst das alleine. Oh, lol, ey. Hier wird noch geladenfläche. Ich räume mal ein bisschen. Ich kriege das Lenkrad aber nicht gedreht. Wir fallen gleich über die Klippe. Warte, ich muss erst aufräumen. Ich hau dir mal den Stein über den Kopf. Setzen da vor. Nein. Ich habe was gefunden. Oh ja, das ist die Klippe. Ich hau dich vorher noch ein bisschen tot, ey. Ey. Wir können doch, ey, man legt doch auch immer so einen Stein aufs Gaspedal, oder nicht? Ja, leg mal einen Stein aufs Lenkrad. Diese dämlichen, warum haben das alles Frontantrieb? Man muss alles selber machen. Warte, ich gebe uns mal den letzten Meter. Bist du sicher, dass das der letzte Meter wird? Auf jeden Fall unser letzter Meter. Oh nein. Meine Hebe, ich bin jetzt im Bank. Der hat runterkullert, ne? Ey, kannst du dich dazwischenlegen? Kann ich dich zerquetschen? Ich meine, kannst du mal gucken, ob die Luke da richtig schließt? Ja, warte, ich gucke mal. Der Stein ist auf dem Gaspedal. Guck mal. Wir haben es doch geschafft. Ja, lol. Eigentlich ist er daneben. So, was meinst du jetzt hier mit... Tschüss. Oh, guck mal. Warte, mal mit Anschwung. Du bist zu fett, Jason. Gar nicht wahr. Mein Charakter steht nicht mehr auf. Okay. Ich versuch die mal runter zu schubsen. Ah, ich hänge. Ich hänge. Wo hängst du denn? Runter. Siehst du meine Füße? Ja! Nein! Ja, geil. Guck mal. Gehen den Uhrzeigersinn. Spiel mit. Boah, ich bin vom LKW gefallen. Nein, warte auf mich! Ich würde mal schauen, ob das Ding wirklich Kohle ist da drauf. Wahrscheinlich. Wir müssen diese Öfen, glaube ich, anmachen. Weiß ich nicht. Ich habe hier schon mal Feuer mitgebracht. Nein! Nein! Nicht den mit der Fackel töten. Wow! Alter, wie schnell das Ding plötzlich fährt! Ja, wenn ich da drunter bin. Okay. Schau, wie schnell ist das? Jetzt hat es eingesehen, dass das Spiel mit uns keine Spiel... Junge, guck mal, wie gut ich geparkt habe! Okay, fast perfekt, aber... Reicht das vielleicht schon? Kannst du mich vielleicht noch draufwerfen? Na, warte. Das Ding... Der eine Kohlehaufen ist eben gerade... Warte. Du kannst überall anfassen. Wo ziehst du mich? Nur am Kopf! Okay, bis dann! Juhu! Hi! Hey, den habe ich erfolgreich blockiert. Oh Gott! Ich weiß nicht, ob das Ding weg ist. Oh Gott! Nein! 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 Ich habe es versenkt! Ich habe es versenkt! Die ganze Kohle ist RIP! Nein, Junge! Und jetzt fall ich hier gleich nochmal runter, weil ich im zweiten Gang jetzt nicht mehr geschafft habe, rechtzeitig es abzubrechen. Nein, das ist... Nein, das ist so ein 11. Never Ending Love Story. Der LKW fällt immer wieder. Jetzt spawnt der natürlich direkt auf mir. Aua! Ich habe das Haufen angekriegt. Ich brenne! Okay, den LKW ignorieren wir einfach. Der ist verpackt. Kohle in Ruhe. Ich will die Fackel haben im Loh. Das sieht auf jeden Fall toll aus, wie dieser LKW das spawnt, den Schlenker nach links macht und dann langsam die Klippe runterfährt. Lieferjunge. Ja, ich bin nicht mehr Lanzenjunge. Ich bin Lieferjunge. Aua! Wo kommt denn der andere LKW her? Der ist über die Klippe runter und ist er weg. Ich wollte den gerade an... Ist der bei dir gespawnt? Ja! Deswegen ja. Jetzt bin ich hier hochgelatscht und jetzt ist er weg. Willst du mich verarschen? Alter, der ist einfach auf meinem Gesicht gelandet. Ja, ich habe auf meinem Gesicht gelandet. Guck, wo jetzt fährt, hat er vorne gegen den Ofen. Toll, ich bin immer da, wo ich es nicht sehe. Willst du mich verarschen? Du willst mich doch verarschen. Lanzenjunge. Nein, ich bin nicht mehr Lanzen. Ich bin Lieferjunge. Ich fahr das gelbe DHL der LKWs. Oh, der Rechte. Oh, das hat sogar fast funktioniert. Oh nein. Guck mal, er ist so herbe. Was tun wir da genau? Ich habe keine Ahnung. Nimm ihn mit. Du siehst so happy aus mit deinem Stab. Ja, das ist mein Happy-Stab. Happy-Stab. Oh, wie der kleine Ghost fällt nach oben. Oh, schafft er sogar. Ja, warte. Hier, ich nehme dich mit. Oh, warte. Du musst den Balken festhalten. Okay, weiter geht's. Okay, sehr gut. Wow, hier, Stabhochsprung zu zweit hier. Halt, andere Rechte. Kann doch deinen Kopf da reinschnecken vielleicht. Ja, das ist eine Idee. Nein. Oh ja, der hat Poppes. Okay, ich mache den Schrei. Okay. Warte. Schieb mich rein. Schieb mich durch. Äh. Das, du bist zu unflexibel. Ich meine zu flexibel. Der Kopf will auch nicht ganz durch. Okay. Bis auf die Leichenstache können wir jetzt nicht warten. Klappt. Ich hab deinen Fuß. Ich hab deinen Fuß. Aber was unbezüglichbares hält mich. Was unbezüglichbares hält mich. Geronimo. Geronimo. Es geht? Ja, es geht. Ich glaube, ich bin fett als du. Ich nenne dich mit. Oh Gott. Ah. Ah. Nein. Jetzt fall ich hier runter. Oh, wie das aussieht. Oh. Okay. Dann lasse ich das lieber. Aber es hat sich bewegt. Oh Gott. Ich glaube, es ist nicht gut, wenn wir hier beide draufstehen. Ah. Ich halte es fest. Oh. Schatz oder nein, der ist. Wuch. Lass es regnen. Wie so ein Polizeigriff. Polizeigewalt. Nein, Officer. Nein, ich war es nicht. Ja, die Ecke zu treffen ist wirklich schwierig. Das muss ich zugeben. Ich hänge hier am Balken. Lass nie wieder los. Ja, sehr gut. Nur mich sollst du nicht loslassen. Ahaha. Rata. Oh. Nein, lass mich los. Ghostface, nein. Stein fangen. Ich will den Stein fangen. Oh. Was genau tust du? Das war's.